Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Champions League Match. Heute trifft meine Lieblingshandschaft Leopold gegen Barcelona. Ja, das letzte Match ist ein Desaster. Ich bin ein bisschen ausgereistet. Aber hoffentlich werden wir uns heute zurückkämpfen. Und ja, was sagst du dazu? Ja, fast wie das richtige Match hat Liverpool leider auch bei uns in der Champions League verloren. 4 zu 1. In Wirklichkeit war es ja 3 zu 0. Danke Messi. Und ja. Merci. If you hear that, you are a really big asshole. Ah, der Messi ist doch schon. Und er hat ein bisschen Musi drin los. Nein, er hat ein bisschen Musi drin los. Nein, er hat ein bisschen Musi drin los. Passt und los sind immer auf der Bank. Nein, losgebe meine. Ich bin schon. Nein, ich bin schon sehr hässlich, wie es aussieht. Bias. 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 Aber richtig klar, in echt glaube ich wirkt es größer. Du, in echt ist es auch so... Spiel im Fokus Mo Salah und Messi, sorry. No, Salah ist besser. Weißt du, was ich fühle? Den Bart passt sich zu deinen kraslichen Harten. Nein. Ich bin ruhig. Ich gebe so ein Hass auf den Hund, Digga. Verpiss dich. Ja! Ja, da steht auch der Van Dijk. Zwei mehr. Der pölzige Lust, glaube ich. Der hat Nummer 1. Wer? Oder was, 11? 11, glaube ich. Oh, das ist ein guter Trainer. Nein, das ist keine Joke. Klopp. Klopp ist einer von den Besten drinnen, der Werfen geht. Ich meine, wie der Leopold aufgeweiftet hat, das ist so heftig. Das ist sehr gerne. Ja, der Verteig. Aus Wüsten. Ich habe zuerst. Aber wie dunkel der ist eigentlich. Ja, ich glaube, es ist ein wirklicher Doppel. Ja, wie Niederlande ist denn jetzt? Vorne. Okay, wir haben der Stegen, Roberto Picchi. Lenglet, Alba Puskert, Zratikic, Arfos, Suarez, Messi, Coutinho und Ernesto Valverde. Und natürlich bei uns jetzt eine neue Messi im Sturm und Suarez am rechten Flügel. Messi ist nämlich auch Mittelsturm. Messi hat noch was anderes. Arthur Mittelfeld, ja, ist jetzt nicht so gut. Aber schauen wir mal, was los geht. Alles in Ordnung sein, der hat Melty von Dijk, Robertson, Fabinho, Keitner, Vigialdum. Der und dann die drei guten Ligen. Salah, Mane, Roberto, Fabinho. Und Manager ist hier, ich glaube, wir spielen heute in der 4-3-2-1-2, wie immer, Leute. Ich kenne das auch so ein paar Erfahrungen mit Schaben. Wir haben mal in der 4-2-2 gespielt, aber auch. Ja, ja, passt. Und los geht's. Jetzt geht los. Ja, wie gesagt, leider Firmino, glaube ich, war ja in der Champions League nicht dabei. Wir haben das jetzt... Ja, doch. Na. In echt schon? Ah, so na, du war ja da, Vigialdum. Wir haben das in echt leider schon besprochen gestern. In echt, blödsinn. Und heute ist auch das Match, also zurück, ist ruhig gespielt oder alles? Und halt. Die Rückrunde. Also das Daumen drücken, dass die Pilotser schießen, keine bekommen. Nur die Leopold-Fans natürlich. Die Master-Fans, ja, haben ja nichts verloren. Hat Spaß. Ey, komm, beruhigt jetzt mal. Oh mein Gott. Ja, wir haben letzte Woche 4-1 gewonnen, können uns eigentlich zurück. Wir müssen nur verteidigen. Und, ähm, ja, und kein Tor reinlassen. Ist halt von verteidigen. Die Haupt-Tätigkeit. Und hoffentlich nicht so viele Rot bekommen wie du letzte Woche. Oh nein, fuck. Ja, ihr seht jetzt oben wieder links eingeblendet. 4-1 war der Rückstand, jetzt ist nur noch 4-2. Komm, wir kämpfen jetzt zurück. Ich möchte winnen. Ich möchte das hier. Oh, das geht. Komm. Oh, ich habe ja du gespielt. Ja, ich habe ja du gespielt. Ja, ich habe ja du wieder von drei Augegriffen. Für Minio, das ist auch ein Minio. Hat sie gut gespielt, bitte. Danke. Und das nächste ist auch ein Minio. Das ist Hobbsatz. Für Minio. Oh, Gott sei Dank. Oh, der wird gerade vorne so. Ne, so Bock auf den Wunnen. Scheiße. Ja, ich will den Arme umlegen. Ah, schon wieder der Messe, Digga. Nein, aber ich werde süße, hässliche Visage im Messe gar nicht mehr spielen. Nein, ich will den Arme nicht mehr aufklatschen, sondern bis er hin ist und dass ich, na, das muss ich wieder gucken, bock. Na, zu, oh ja. Oh, die Auge! Nein, aber du bist so gut und nein, komm doch. Na, okay, fuck. Wie seid ihr bisher? Bis jetzt? Das ist jetzt no joke. Das ist jetzt no joke. Wir kriegen jetzt jetzt einen Messer, ich bin jetzt nicht mehr. Das ist jetzt der größte, das erklärtst du jetzt aufhörst. Wie der Kacke. Ah, das ist ja das. Du bist so, ich bin so. Bist du denn so? Becker, Alson Becker. Extrem gut. Du warst, dass du nicht zurückkommst, oder? Ja, was, ich, was, was, was. Mann, war doch ein Messer, tot, vor allem. der verfickte kackern ist das los er hat man mal ein bisschen mehr gezeigt und mit hoch ja aber wie gesagt mani war hat am mittwoch noch von mittwoch mani war dann als mittwoch finde ich eine der besten spieler wie immer leute eine der besten spieler ah ja dann habe ich es aber das ist ja was ich jetzt brauchst ich habe mir gewonnen aber das würden wir natürlich nicht so leicht machen oh scheiße die Nummer 66 so und jetzt kommt der Grupp mit dem Dorf und so alles aber das ist das Ding hallo wo ist mein Starsbruder hörst du mal hörst du Starsbruder da was jetzt im Sturm ist mani na BOOP KOMM NOMAL schwich schwer zu umhören warum ne ich weiß nicht was los ist mit Barcelona wenn man nur wir schwitzen 4er und es bleibt aber die ganze Zeit hinten ja wir warten trotzdem jetzt nicht mehr weiter na jetzt ist schon der sagt zu oh der sagt zu remand es ist die erste Halbzeit naja die erste halbzeit kein einseitig mehr äh das ist doch gefault worden ja ja ich hab nix gedrückt was soll ich machen wenn meine Hälfte der Wecker gefault wird es war die MPC ich hab da nichts gedrückt du hast genau gesehen wie ein Spiel aber auch benehmt und da ist wieder unsere Champions League Führung Philippe schießt uns in die Champions League zurück ja mein Servus bescheuert ja kommst du schon mit deinem Scheißrottel du hast du das gesehen? hast du das gesehen? aus! Salah, Mane und Verminung durch angeschossen ja, ja, cool nix ist du auch oh Kartina jetzt hat er ganz schön gesackt ja, was ist Fakt, aber egal die ganze Zeit die bessere Mannschaft und dann guck sie es einmal mit einer Torschütze und trifft es ist doch so nötig! oh fuck 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 dass ich mir dann nachvollen nachvollen schaust auf ihn kann man gehen da ah, ich wollte mal keine Rode holen so wie du das letzte Mal unter den Elfmeter und so weiter am Montag hat er gedacht für Hans, jetzt haben wir schon Rückstand jetzt haben wir gleichgestellt, genauso wie letzte Woche klockt das Matches Wort für dich ich bin glübten noch ist noch nix verloren, noch nix, Bruno wahrscheinlich noch gar nix oh so, bis jetzt ihr boah, Firmino, Alter, wie ihr auch gast das ist Coutinho, ihr Firmino na, komm na, komm, die kleine Sache na, nix, wie du Trottl hörst na, mit dem Kopf bei dieses kleine Stück Scheiße jetzt wirst du mal aufhalten, aber jetzt ist es gleich vorbei na, jetzt ist es faul na, es war nix ah, fuck gut, das gibt's gar nicht gut oder was wir konnten der besten Freistoße es ist wirklich Arnold, oder? na, Arnold kann die besten Freistoße ich probier's mit ja knopp, knopp, richtig knopp und neig, was so gut das ist, was man machen kann na, na da ist drauf damals dabei gewesen, weil ich da war ihre ihre entwindet nach Afrika ah es ist Skiba doch 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 schiiss wo hast duospital denn doch du Trotl op Nein, Mann, das ist so unfair. Ich hab da vorne auf Ere gespielt und hab da rausgekommen, der, wo es verletzt ist, Alter. Nein. Und du lässt den spielen, der, wo es nicht mehr spielen darf hat. Das ist doch scheißegal. Na, ist egal. Ich meine, wir haben uns darum gehörtet, ich hab ja die halbe Mannschaft nicht rot gemacht letzte Woche. Und regst du dich auch einfach? Na, ist egal. Du hast sogar noch vor dem Aufnehmer gesagt, dass du richtig gefreut bist, weil Liverpool weiter war. Ja, trotzdem will ich nicht verlieren. Ist ja egal, dass du verlierst. Doch, na, ist mir nicht egal. Doch, na, was ist jetzt? Na, ist mir nicht egal. Na, was? Doch, na. Ich hab ja keine offenen Gebäude, aber. Schipanser. Guck, guck, guck. Ah, das war Obse. Das war's, glaube ich. Naa. Ich meine, du deppertes Sau. Wirklich, Alter. Ich meine, Naa. Das war alles wie so scheiße. Ja, Ivan. Ja, jetzt. Ja, wir machen... Verschaut euch das an. Ja, schaut euch das an, Leute. Zack. Ja, scheiße. Ich hab's jetzt vergessen. 5-1. Na, ja. Ehre. Genau. Na ja, mein 4-1. Letzte Woche in Liverpool. 5-1. Ja. Man sagt, dass 4-1 bleibt. 5-1. Man sagt, man ist nicht da drauf. Was ist das? Na, weil ich keinen Bock habe, oder? Man, ich muss mich gar nicht vorführen lassen. Ich kann mich gar nicht mitmachen. Kannst du noch rein? Ich habe letztes Mal bezogen. Du hast mir auch vorführen lassen, dass ich dann wieder verloren habe. Das war's sogar noch witzig gemacht. Wie ist das? Ich hab's gedacht, dass du gedrückt. Was? Duнут gedrückt. Was? Ich weiß nicht. Los 6 was ist Los 6? Trainer Level! Trainer Level 6! Ich glaube, da schuss sie geht. Bist du gewissen wo der Schuss geht? Ich weiss nicht was ich da drückt habe Scheiße! Kann man da nicht die Dings ausstellen wie offensiv die Spielen? Nein pfeuern noch links und rechts Seht ihr auch doch, aber es geht nicht mehr Ah jetzt weiß ich genau wo der Schuss geht Ich hätte das nicht rausgegeben wo genau was wo der Schuss geht Ja mein Dummi ist ganz hoch Hehehe Und mein Kontroller klackert jetzt komm ich Guck ich wiss Oh Scheiße Da hat Dreader Level 2 Ah das mach ich immer oft Höhe von uns nicht so macht weil sie höhe und so haben Scheiß drauf Ich hab das schon so aufbauen Oh Boah wir gehen jetzt richtig akkursiv eine Scheiß drauf Ob der da jetzt auch oder kein Das gibt rot Das gibt rot Das gibt rot Das gibt gold Das gibt gold Das gibt gold Die erste Karten in beiden Match haben wir die erste Karten Ah der Match war Oh fuck 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 Das war so am Ende Ja so Das ist scheiße Ich hab das nicht drauf Ja und dann wechselst du da hundertmal den Spieler Das ist doch nicht Oh Uuuuuh Mensch geil Thanos 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 So los geht's Messi leitet da wieder Sergio Roberto Du hast mehr Ball besitzt sie Ich glaub es noch Die erste Halbzeit auf jeden Fall Oh mein Gott Sergio Roberto Leute Leute hier die Thanos Keiner da Keiner da auch so da da Hast du so eine Angst von Alison Becker Jetzt wird's was Nein Wo ist das PK wenn ich noch mal gebraucht Na Na So So Geh mein Fall nicht So Geh nichts mit Fall nicht Es gehts grad für Messi Okay für Messi Geh Messi Und den Willi halt umfault Messi und Willi halt umfault Das gibt's ja nicht Oh Messi Jetzt Jetzt Messi renn Oh Messi Messi Jetzt schaff es Wir schaffen es Messi Ahaha 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 Nei Das gibt's nicht Das gibt's einfach nicht Die Sch**e wer sie spielt Mir hat nicht grad zu Die Ere genommen 74. Minute Schade Schade Messi hat sogar Gebe eingefangen Für die Aktion Also Die erste Gebe War die Alpe auch schon Gebe Jetzt haben wir so aggressiv Ich bin noch nicht zuvor Obst also ja Freund Alexander Handel Du kleiner Du kleiner Lose Ja Im Endeffekt auch richtig Geschissen Wo ist Allah Ah wo ist Allah Na Feinlich Auszuschneiden Wo ist Allah Die Rennmetaller MAH 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 Ich freu die Alpe Ich freu die Alpe Ich freu die Alpe Ich hab doch die Warte andere gewissen Oh was ist das Was ist das vielleicht Ich schlange an sich Riecht wie Wie stretched OOOH Continio Er ist sicher der Spieler des Tages Na Bei mir Messi Messi FIOR FIOR Komm hol an Hol an Hol an HALT Es eskaliert Es ist eskaliert Es ist eskaliert Er rennt einfach nicht hin Warte bis es gerade eskaliert ist Na Ich meine dieser Kont Nein Kontrabebeil Es ist so unfair Wir machen so Pressure Und Nein Schreib dir genauer Kopfpulster Ja Robiato Firmino Eigentlich verletzt in echt Ist das dein Ernst? Ich kann mit Ivan da komplett durch Ja Hurensohnverdeidigung heute Na Elson Packer Ja Wo sie auch im Messi steht nicht frei Ja Bist Sorry Du bist doch der Schweigler Sobald ist Oh mein Gott Na Das ist vergleichbar Mein Leben mit Tourette Na Mach mir dann auch Werbung für den Kanal Sonst haben es für die Millionen Ja Abonniert alle Gewitter im Kopf Ein Leben mit Tourette Wirklich? Ressorts kann man nicht mehr Die 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 kriegen pro Tag 50.000 Ein Gewitterkopf Wenn er das hat Vielleicht kann man eine Kooperation machen Aber ich finde Jan Richtig Sympathisch Und Nicht Na scheiße 6 2 Das ist so scheiße Bist du Er ist so gelegen wie seine Füße Wann nimm seinen Körper drin Geh komm schon einer Das ist so scheiße wie der Trottler gerade gespielt hat So und jetzt kommen wir mit der letzte Angriff vermutlich Leute Lasst gerne schon mal einen kosten Das ist das Abo da Das Match heute ist so hochkarätig Also Messi 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 was ist so gut aufgabe ja 7 7 bis krona nur daraus haben wir jetzt einfach bitte bitte jetzt da wir haben die chance in die champions league aufzuschauen das ist ein match cool als gewinnt gab es nicht wir können das schaffen mit 40 minuten braucht für die seine du na 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 na疑 eine verteidigung wie oft wie das stehen und jetzt 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 kommt der fehl heroes und weg weaker und wie schesse warum spielt harag ticic bitte warum darfst du was Wie hat Ticic überhaupt am Spiel? Aus ist. Aus ist. Ja, schade, nur wegen dem Scheiß außen vordert, oder? Ah, harte Partie, fair. Na gut, fair man, ich hab drei, glaube ich. Ich hab gar nix. Du hast auch Kölbe, auch rot sogar. Na, gelb. Du hast auch rot. Gelb. Na, stimmt, rot hast du davon gehabt. Ich hab zwei Kölbe, glaube ich. Na, warte, ich möchte das nicht mehr ausschalten. Du hast dich selbst zu hatten. Du hast auch rot gekauft. Falls. Ja, ich hab auch. Ich hab auch voll gekauft. Ja. Gibt's Karten auch? Ja, ich weiß nicht. Ähm, Karten. Rote Karten, eine für mich. Und gelbe Karten, eins, drei. Ja, sag ja, die zwei hat nur der halbe gekriegt. Ich hab auch glaube ich Karten auch vor allem. Hä, warte, was kann man da schauen? Vielleicht nicht so. Ähm. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, sorry. Ja, das ist nicht so schlimm. Leute, für heute war's mal. Lasst gerne kosten Sie das Abo da. Liverpool wird also am 18. Mai, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Datum stimmt. Auf jeden Fall im Champions League Finale gegen, ähm, was weiß ich noch nicht. Manchester City treffen. Wird auf jeden Fall hochkarätig. In Wirklichkeit, was ist der Tipp? Wer trifft in Wirklichkeit? Wir haben ja noch einmal, wir haben die Hin- und Rückgründen. Ja, ich glaub leider nicht Liverpool und Chelsea Barca gegen, wer ist es noch? Ajax oder Tottenham. Ajax gegen Barca. Ich denk Tottenham kommt stark zurück und Tottenham gegen Barca im Finale. Nein, Ajax gegen Barca. Ich mein, ich weiß überhaupt noch warum die Chance Ajax oder die Chance Tottenham so weit vor. Also ich mein, ich verstehe es nicht. Warum kriegt nicht sowas wie Liverpool zu Ajax, aber das ist euch scheißegal. Leute, für das war's mal. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare, oder vielleicht könnt ihr auch oben abstimmen, wer es, eurer Meinung nach, in die Champions League schafft. Aber für heute war's mal. Geht's halt auf? Ich hab die A-Modera-Zone gemacht. Okay, für heute war's mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, dann zum Champions League Finale. Bis zum nächsten Mal. Da spielen wir aber auch dann 10 Minuten, ne? Da ist dann 10 Minuten pro Halbzeit und das wird dann spannend. Liverpool gegen, Manchester City, Pep gegen, Klopp. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.